Herzlich Willkommen zurück zu der Let's Play City XXL mit meiner Wenigkeit, den durchgedrehten Glauben, lalalalalalalalalalalala. Ja, sorry für gestern für die Folge, dass sie zu kurz war, aber es hat dann geklingelt und dann war ich mit dem Kopf nicht mehr da, wo ich hin sollte. Und ich hatte das Spiel weiterlaufen lassen in der Zeit, wo ich telefoniert hatte. Ja, jetzt haben wir eine Mille. Aber ist ja nichts passiert in dem Sinne, ne? Außer, dass wir hier freie Stellen haben für die Führungskräfte. Da müssen wir uns jetzt erstmal gerade drum kümmern. Führungskräfte, Mutti, das sind die da. Jetzt können wir ruhig ein bisschen dickere Dichte bauen, ne? Mädels. Hä? Wie ich mal sagen. Mit kleine Straße. Was ist das denn jetzt hier? Kleiner Allee hätte ich gerne, Mädel. Hä? So, so. So, so. So finde ich das cool. Ohne Straße in der Mitte. Aber warum? Was haben wir denn da jetzt für eine Straße? Große Allee? Guck mal, das passt ja gar nicht. Hallo? Hallo? Einspurig. Kleiner Allee. Das ist meine Straße. Junge, 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 Junge. Aber so geht das hier nicht weiter, du. Alles ist immer falsch, du. Da wird mir ja heute gern schweigen, du. So. Ein paar Führungskräfte, ey. Ist in dem Bau, du. Ne? So, Jungs. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kleinzeug, du. Dann nehmen wir auch mal hier ein bisschen was Teureres. Jo. Jetzt red noch mal, klar, du. Spacken. Ja, mach ich ja schon. Mach mich nicht immer alle fertig. Das macht mich ja ganz graurig. Ja, halt ein bisschen Männer. So, wir wollen mal wieder ein bisschen anfangen, hier nicht alles so viereckig zu bauen, aber mir bleibt hier jetzt gerade nichts anderes, glaube ich. Das geht nicht, Mutti. Ich bin ein Spiel und ich will das nicht. Nein, ich fläme nicht. Das ist kein Gefläme. Nicht, dass hier das Leute gleich wieder falsch verstehen. Warum? Warum? Das verstehe ich nicht. Warum können wir jetzt das nicht? Ha. Bauärgert. Dankeschön. Voll cool, Mutti. Hammer. So, hier kriegen wir die freien Stellen auch runter. Da müssten wir sie alle jetzt auf jeden Fall wegkriegen. Wir sollten gleich wieder Arbeitslose haben. Arbeitslos. Hartz IV. Und der Tag gehört dir. Klabu, du Spacken. Ja, das könnte er laut sagen. So, ich glaube nämlich, dass uns die Führungskräfte noch nicht reichen werden. Also davon gehe ich aus. 8% freie Stellen, 96% der Wohnraum besetzt da nur 87%. Ja, zieht doch mal ein hier. Das geht ja gar nicht. Was macht unser Bus? Bus 41 2014. Das ist unsere Straße. Irgendwann möchte keiner fahren. Ich glaube, dass sie einen Bug hat. Dadurch, dass ich die Station da abgerissen habe, Leute. Die Einwohner fehlt es an Unterhaltung. Da hat mir jemand einen saumäßig guten Tipp gegeben. Und darum werde ich mich jetzt erstmal kümmern. Scheiß auf den Rest. Ja, ihr habt mir nämlich einen Tipp gegeben. Wenn ich nämlich jetzt hier den Smiley wieder anmache und das, soll ich mich von dem hier bewegen. Weil hier grün ist und das hat wohl letztes Mal etwas besser geklappt. Was ist das denn hier? Wisst ihr, was ich doof finde? Kinokomplex. Reichweiche, ungelernte, das nehmen wir hier. Kinokomplex. Das sollte doch hier ungefähr hin. Wumm, habt ihr einen Kinokomplex. Ja? Ihr kriegt gleich einen Komplex um am Hirn, ihr Ochsen. Warte ich weiter. Mittlere Freizeit. Was ist das jetzt hier? Sportmuseum. Ja, wer es braucht, kriegt es. Wollen wir da hin. Und da möchte ich noch gern eins hier hin. So, warten wir noch mal gerade einen Augenblick. Wir machen ja 48.000 plus. Was ist hier für ein Problem? Die Schwerindustrie findet keine Angestellten. Freie Stellen, 7%. Wir brauchen Stufe 2. Jawohl, Sir. Ich baue Stufe 2. Aber ich möchte ganz kurz was anderes machen. Nein, 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 machen wir nicht. Stufe 2, hohe Dichte. Ich baue die mal hier. Hier so ran. Selbst bitte. Denn selbst ist der Mann. Machen wir mal so. Ah ja, ich weiß, das geht wieder. Angeblich wieder nicht. Das gebietigte Großmutter. Tadaa. Haben wir. Gut, dann wieder hier ein bisschen mit Freizeit gucken. Oh, ja, recht. Oder derjenige hatte echt recht. Guck mal, jetzt bin ich schon hier bis grün. Dann hauen wir. Ich mache Freizeit für die. Aber eigentlich, wofür brauchen die Freizeit? Die sollen arbeiten. Gebt ihr mir denn nicht recht? Aber dieses Kinokomplex. Wo war das? Sportmuseum? Nein. Dann war das das, ne? Ja. Dieses Kinokomplex. Den können wir ja eigentlich hier oben auch nochmal hinsetzen. Und dann setzen wir den da auch nochmal hin. So. Dann hätten wir das. Dann möchte ich gerne mittlere Freizeit. Den da. Dahin. Hier ein. Hier so mitten rein müssen. Oh, das passt so. Boah. Ich bin der Beste. Das lassen wir jetzt erstmal wieder laufen. Bis wir einen besseren Überblick haben. So, was gibt es als nächstes? Als nächstes haben wir immer noch freie Stellen. Fünf Prozent immer noch für Führungskräfte. Aber wir können nochmal ganz kurz in den Handel gehen, Leute. Handel mit meinem Kohonnes. Ich bin heute durchgedreht. Jetzt kommt meine Frau hat Urlaub. Ja. Und dann ist man entspannt. Ja. Man ist entspannt einfach. Qualifizierte Mitarbeiter. Abfallwertung. Also wir haben immer noch dieses Abfallproblem, Leute. Aber mir fällt ja auch ein. Wir wollten ja auch eigentlich hier so ein komisches Spezialgebäude da bauen. Aber ich muss euch jetzt ganz ehrlich gerade gestehen, wie da, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube da. Ja. Nahrungsproduktion. Also für Müllabfuhr gibt es gar nichts, Leute. Kraftstoffproduktion möchte ich gerne haben, so ein Gebäude. Und was setzen wir hier mit ran? So, dann steckt nämlich unsere Kraftstoffproduktion. Wie sieht es denn bei uns mit Wasser aus? Oh. Okay. Wassererzeugung brauchen wir auch. Nahrungsproduktion, komm. Wisst ihr was? Oh, ich habe kein Geld mehr. Oh, 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 oh. Ich habe kein Geld mehr. Ich bin beleidigt, meine Damen und Herren. So geht das aber nicht. Nein, 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 nein. So, wir müssen mal wieder gucken wegen Freizeit. Ja, tut sich doch. Oh, doch, hat sich da jetzt was getan oder hat sich da jetzt nichts getan? Ich glaube, es hat sich etwas getan. Ich glaube, es hat sich etwas getan. Etwas. Nicht viel, aber etwas. Was? Gut, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal wieder ein bisschen um die Freistellen, weil wir haben hier immer noch sieben Prozent Freistellen. Freistellen gleich Minusgeschäft gleich Scheiße. Ich glaube, das war nicht mal. Was haben wir denn jetzt hier gebaut? Qualifizierte Mitarbeiter. Ne, wir brauchen Führungskräfte. Leise. Boah. Wie gemalt so. Tick, zick, pack, tsch. Ah, fertig. Uh, bin ich heute gut. So, Handel. Kraftstoff plus ein. Ungelernte Arbeiter plus eins. Schwerindustrie dreimal. Mir juckt die Nase. Das macht das Leben schön. Hightech-Industrie haben wir Minus. Produktionsgewerbe auch Minus. Tourismus auch Minus. Abfallbewertung. Wir müssen unbedingt etwas gegen Abfall machen. Abfall. Moody. Abfall. Hat mir das Ding schon? Nö. Ich kann das jetzt nicht sehen. Habe ich jetzt einfach mal gebaut? Oder hatte das ein Radius? Das ist mir eigentlich scheißegal. So. Wir brauchen eine neue Mülldeponie. Das geht nicht. So. Habt ihr eine neue Mülldeponie? Bringt doch euren Müll woanders hin. Aber doch nicht immer zu mir. Mann, oh 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 Mann. Haben wir. Und jetzt geht aber die Kohle rapide in den Keller, Leute. Aber wir kriegen hier gleich die ganzen freien Stellen weg, die Arbeitslosen. Wir müssen für Stufe 1 ein bisschen Arbeitsplätze bauen. Das sollte aber auch nicht unbedingt so dieses große Problem sein, da ich nämlich noch gerne ein paar Bauernhöfen hätte. Gerne so. Oh, Lebensmittelindustrie dürfen wir bauen. Bam, Junge. Sehr geil. So, wo dürfen wir noch ein bisschen Felder bauen? Hier unten können wir noch ein bisschen Felder bauen. Landwirtschaft, Gemüse, Bandbau. Machen wir mal Gemüse. Ja, Gemüse macht. Das Feld ist so klein. Ah, komm, 96% ist vollkommen okay. Ach. So, schönes Feld, oder? So, haben wir dann noch ein Gemüse, dann Landwirtschaft, Getreide, Gemüseanbau, Obstanbau, Viehhaltung. So, mach mal wieder Getreide. Ich halte einfach von diesem Getreide am meisten, weil, ja, Getreide gibt halt Essen. Es gibt ja eigentlich alles Essen, aber. Ne, da möchte ich nichts mehr hinhaben. So, dann hätten wir da noch mal ein bisschen Landwirtschaft gebaut. Immer noch 8% Arbeitslose. Bin ich mal gespannt, ob wir die noch auf die Reihe kriegen. Oh, hier haben wir es wirklich geschafft, Leute. Da haben wir es auch geschafft. Freie Stellen, also wir brauchen unbedingt Spitzenkräfte, müssen wir auch bald bauen. Das erste Mal, dass wir es geschafft haben, auf die Spitzenkräfte zu kommen. Ja, jetzt muss ich nur so langsam zusehen, dass wir aus diesem Minus wieder herauskommen. Das ist halt jetzt das nächste Problem wieder. Weil ich halt sehr viel Freizeit gebaut habe, ne. Kratschstoff haben wir über, ungelernte Arbeiter haben wir über, Schwerindustrie. Na, Logo, weg mit dem Gedöns. Ja, das bringt uns richtig Geld und Kraftstoff können wir auch verkaufen. So, kommen wir jetzt aus unserem Minus denn heraus. Schön wär's ja, ne. Ne, immer noch 20.000. Es tut sich einfach nichts. An der Misere. Das ist jetzt mal rein, wie viel Industrie wir haben und es reicht immer noch nicht. Das ist doch der Wahnsinn, ey Gott. Das ist der Wahnsinn, du. Das ist der Wahnsinn. Warte noch mal, noch mal. Ein Produktionsgewerbe brauchen wir. Wollen wir denn jetzt mal das Produktionsgewerbe in Geburt? Das sind Büros. Produktionsgewerbe, alles klar. Dafür brauchen wir auch Spitzenkräfte. Dürfen wir denn jetzt die Spitzenkräfte schon bauen? Ja, wir dürfen wieder. Okay, 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 okay. Produktionsgewerbe. Selbst. Das ist zu dicht. Zack. ein bisschen Produktionsgewerbe hier in die Gänge berühren. Dass man hier überhaupt mal so ein bisschen jetzt hier in die Gänge kommt. Die Straßen sind verstopft. Das mit der Buslinie werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich werde alles irgendwie versuchen wieder zu korrigieren, das was ich falsch gemacht habe. Aber ich muss mir auch jetzt erstmal ein bisschen Zeit lassen, Leute. Wir machen statt Plus immer mehr Minus. Ich verstehe es nicht. Wir machen doch jetzt hier alles. Die möchte ich gerne hier hin haben. Das wird immer mehr statt weniger. Spielstein wird gespeichert. Ich sage erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet seid bei City. Bis morgen, ihr kleinen Gauners. Und wir hören uns morgen wieder bei unserer kleinen Heavy Metal City Stadt. Klambo, du hast einen an der Werfel. Ich weiß. Ich finde das Spiel, was ich geil finde, jetzt hier auch nochmal zum Abschluss, ist einfach dieses Chaos, was du bauen kannst. Und nicht nur vierkig auf Glitze. Finde ich cool. So, wir hören uns morgen wieder mit Daniel. Tschüss. 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 Tschüss.